Platz 1 ist der Elif I-Stick Pico 25. Der Klassiker unter den Einsteigermodellen und auch sonst ein richtiger Alleskönner auf dem Gebiet der E-Zigaretten. Wer bereits einmal ein Pico von Elif besessen hat, der wird bestätigen können, dass dieses Produkt in Sachen Funktion und Design zwar einfach gehalten ist, jedoch absolute Top-Qualität und Verarbeitung bietet. Egal ob Anfänger oder Profi, mit dieser E-Zigarette wird jeder zufrieden sein. Sie kommt mit vielen Extras daher. Ähnlich wie beim Vorgänger liegt der Pico 25 perfekt in der Hand, jedoch merkt man sofort, dass ein paar kleine Details optimiert wurden. Das Display ist nun größer, ebenso verhält es sich mit der Einfüllöffnung oder den Lufteinlässen. Für mich ist der Pico 25 von Elif ganz klar die Nummer 1. Auch wenn meine